Marsch auf Bozen, heute jährt sich zum hundertsten Mal eines der dunkelsten Kapitel der Bozener Geschichte. Die Schützen erinnern daran. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu 10 nach 10 am Samstag. Die Schützen auf Marsch heute Abend in der Landeshauptstadt. Rund 2000 Schützen wollten damit auf den Marsch der Faschisten vor 100 Jahren auf Bozen aufmerksam machen und an eines der dunkelsten Kapitel der Bozener Stadtgeschichte erinnern. Genau heute, vor 100 Jahren, hatten Faschisten die heutige Dante-Schule im Herzen von Bozen besetzt. Die damalige Kaiserin Elisabeth-Schule war die größte und modernste Schule der Stadt. Den damals 500 deutschen Schülern wurde der Zutritt verwehrt. Die Lehrer und Schuldiener wurden verjagt. Die Schule war ein bevorzugtes Kampffeld der Nationalismen und auch der Faschismen. Es war also eine sehr symbolträchtige Besetzung und es war der gewaltförmige Versuch, im öffentlichen Raum den öffentlichen Raum für sich zu gewinnen. Am Tag danach besetzten die Faschisten auch das Rathaus in Bozen. Der Marsch auf Bozen gilt Historikern als Generalprobe für den faschistischen Marsch auf Rom Ende Oktober. 100 Jahre später marschierten heute in Bozen knapp 2000 Schützen auf. Wir werden in Erinnerung rufen, was passiert ist und damit die Sachen auch nicht vergessen werden. Und unser Ziel ist natürlich die Wiedergutmachung des historischen Umrechts durch die Wahrheit. Und dadurch kann die sogenannte Kulturnation ein Zeichen demokratischer Reife beweisen. Mit dem Marsch durch die Bozener Innenstadt fordern die Schützen auch die Politik auf aktiv zu werden. Beispiel Ortsnamensgebung. Auf dem Rathausplatz erinnern die Schützen auch an den letzten deutschen Bürgermeister von Bozen, Julius Beratona. Ich empfinde den Marsch der Schützen etwas als schräg, weil er ja einerseits gegen den Faschismus sich richtet, andererseits für Tirol, also das ist ja das Schlagwort, und auch den letzten deutschen Bürgermeister Peratona ins Schild hebt. Es ist aber zugleich auch Ausdruck dessen, dass es keinen etablierten Antifaschismus in Südtirol gibt, denn es müssten andere Kräfte aufstehen und andere Kräfte müssten gegen den Faschismus marschieren und andere Kräfte müssten uns in Erinnerung rufen, dass was vor einer Woche in den Wahlurnen geschah, durchaus bedenkliche Züge trägt. Nein, das ist überhaupt keine Provokation. Wie gesagt, das ist eine reine Gedenkveranstaltung. Und den Nationalismus hat es in Italien schon vor dem Faschismus gegeben, mit dem Faschismus und bedenklicherweise auch noch nach dem Faschismus, sieht man heute in den Ergebnissen der Wahlen. Am 1. Oktober 1922 sind Faschisten durch Bozen marschiert, 100 Jahre später die Schützen, um an das historische Ereignis von damals zu erinnern. Morgen findet eine Gedenkveranstaltung der Gemeinde Bozen statt an der Bozener Dante-Schule, wird künftig eine Gedenktafel an die gewaltsame Machtergreifung in Bozen und das vorläufige Ende des Parlamentarismus erinnern. Außerdem wird ein Straßenabschnitt nach dem ehemaligen Bozener Bürgermeister Julius Perratona benannt.